Willkommen zu meinem Review-Video über das Siemens EZ 711 FQ15 EIQ500 Induktionskochfeld mit Dunstabzug. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten anstellen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Beginnen wir mit dem Design dieses Kochfelds. Es ist voll integriert und bündig mit dem Dunstabzug, was nicht nur ästhetisch ansprechend aussieht, sondern auch Platz in Ihrer Küche spart. Sie können zwei Kochzonen kombinieren, um flexibler zu kochen, dank der Kombi-Zone. Die Bedienung erfolgt über den Touch-Slider, der es Ihnen ermöglicht, die Temperatur mit nur einem Finger durch Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala zu steuern. Ein herausragendes Merkmal dieses Kochfelds ist die Powerboost-Funktion, die Ihnen kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung bietet. Das bedeutet, dass Sie schneller kochen können, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über einen Timer mit Sicherheitsabschaltung, der die Kochzone sicher abschaltet, und eine Kindersicherung, die ungewolltes Einschalten verhindert. Lassen Sie uns nun einige Testimonials von zufriedenen Nutzern betrachten. Younagir sagt, tut super was es soll. Mit der Boost-Funktion kann man wahnsinnig schnell erhitzen und der Dunstabzug ist auch auf kleiner Stufe schon effizient. Und Fatima Berjaui sagt, das Siemens at 711 FQ15EIQ500-Induktionskochfeld mit Dunstabzug hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Sternen basierend auf 14 Sterne Bewertungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Kochfeld mit seinem eleganten Design, den vielseitigen Funktionen und den positiven Bewertungen von zufriedenen Nutzern definitiv eine Überlegung wert ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und leistungsstarken Kochfeld sind, das Ihnen das Kochen erleichtert, dann sollten Sie das Siemens at 711 FQ15EIQ500-Induktionskochfeld mit Dunstabzug in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.